Was ist das, was ich in Gemeinderat eingezogen bin? Dass man zu den Hallen baut. So soll es bitte nicht sein. Ich komme gleich zur Kultur. Ich habe noch von gestern, der Herr Präsident, würde mir erlauben, dass ich die zwei Worte dazu sage. Ich kann aus meiner eigenen Familie sprechen, was es heißt. Bitte, Herr Abgeordneter, dieses Kapitel haben wir gestern abgehandelt. Einen Satz noch. Das ist um einen Tag zu spät. Zur Gruppe 3 des Voranschlages des Landes Niederösterreich 2009 betreffend Senkung des Budgetansatzes. Der vorgesehene Budgetansatz für die Gruppe 3 für Kunst, Kultur und Kultus weist mit 97.000,2 Millionen Euro neuerlich eine deutliche Steigerung auf. Ich habe auch nichts dagegen, wenn junge Künstler gefördert werden, aber nur dann, wenn es eben Kunst ist. Wer das entscheidet, das entscheidet sicher der Volk und der, was das konsumieren muss, der entscheidet, ob es Kunst ist oder nicht Kunst ist. Im Schloss Kirchstetten draußen, das war es vor ein paar Jahren. Nein, ich konnte nicht mal draufhören. Kannst mir vielleicht ein Geld leuchern, nicht? Das kann man machen, nicht? Wenn die nachher sehen, dass so wie beim Schloss Kirchstetten das Geld verschwendet wurde, bitte. Weil wenn es sinnvoll gewesen wäre und das Schloss wieder in Ordnung ist, zugeführt werden würde, dass darin Leben ist, dann sage ich ja. Ich frage Sie, ist Kunst, wenn jemand vielleicht ein paar alten Rallen zusammenschmerzt oder ein paar alte Ölfässer über einen Haufen schmeißt und sagt, das ist Kunst. Das ist Metallkunst, aber das ist nicht Kunst. Oder, wie mir in Untersteigenbronn berichtet worden ist, das Klangator, was da in Basdorf errichtet worden ist. Ich habe mir gestern oder vorgestern die Mühe gemacht, habe mir eigentlich die Autobahn und das Klangator angeschaut. Bin rausgefahren, es fehlt. Ich habe es nicht gefunden. War, 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 ja, es ist so, war ein Bauer draußen, so gehört, ich suche dir die Autobahn. Ihr lacht, ihr lacht, das ist so, fahrt sich, schaut euch jetzt an. Ich suche dir die Autobahn. Na, der, den, den hätte mal der Herzinfarkt drauf. Der, der ist, der, der ist schrei angefangen. Oh, hör mal mit deinem Ding, aber da so ein Ding. Bist schon vorbeigefahren. Stickerl weiter unten ist, da steht noch kein, steht noch kein Hinweistoffel, nicht dort. Da sagt er, die hauen sich ja alle da zusammen, wenn es die Leute nicht wollen. So, so schaut die Sache aus. Jetzt. Ich bin, ja, ja. Ja, gut, Papa, ich bin, könntest mir, könntest mir, könntest mir, könntest mir, glaube ich, habe ich heute schon gesagt. Das Beste war ja, wie mich einer gefragt hat, ob ich in Mistelboschern am öffentlichen Club war. Sag ich, warum lachen Sie? Er hat mich das gefragt. Ja, ja. Ja, Herr Abkönner, ich darf auf Ihre Zeit hinweisen. Ja, bin gleich fertig. Er hat mich gefragt, ob ich das schon gesehen habe. Soll ich, nein, waren ja leider noch nicht drinnen. Sag dann, ich soll ja mal reinschauen, weil bis Leute was gehen, wenn ich kein so ein schmutziges Klo mehr mehr fände. Und ich glaube, und ich perceber, sie hatte mich auf jeden Fall. Und damit. Untertitelung des ZDF, 2020